Hast du deinen Tee? Meine Kuh-Kuh-Zeit. Ich war so ein dummes Kuh-Kuh-Zeit. Ich war so ein dummes Kuh-Kuh-Zeit. Wollte unbedingt ein Einhorn als Haustier haben? Ein Einhorn, ist das zu fassen? Aber geschenkt haben sie mir. Eine Zarrante. Dann haben sie diese Stickerei erstellt. Zotti starb während meines Versuchs, ihr mit einer Nagelpistole ein Horn in die Stirn zu tackern. Was? Ein so dummes Kuh-Kuh-Kuh. Ich hasse Kinder. Ja, abzuhauen. Willst du vielleicht noch weiterreden und ihm noch mehr sagen? Ich meine, er ist Psycho... Na gut, er war eher der Leiter von der Anstalt. Was ist trotzdem Psychotypie? Psychotypie, genau. Ich geh da mal, ne? Ja, aber das Problem, wenn wir Fackel anzünden wollen, dann kommt Habe angerannt und sagt Nein, 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 das darfst du nicht machen. Hallo Lilly, du willst doch nicht etwa mit dem Feuer spielen, oder? Ach, natürlich willst du das nicht. Das hat die Oberin doch verboten. Irgendetwas seltsames geschah hier. Ja, sehr seltsam. Darf ich jetzt zum Treppenhaus? Weil anders komme ich nicht. Ne. Warum sollte Lilly nach Geheimtüren suchen? Immerhin kannte sie bereits zwei andere Wege in Garrets Geheimraum. Warum müssen wir hier gleich nochmal rumstehen? Wir sollen verhindern, dass das Kind versucht, vor der Therapie zu flüchten. Wenn möglich mit Gewalt. Hast du deine Taserpistole noch? Na klar. Nein. Andererseits hatte Garrett bisher selten daneben gelegen. Lilly würde es auf seine Weise probieren. Ach nee, warte. Ich weiß nicht noch wieder, was ich machen muss. Harvey! Du sollst Erwachsenen nicht widersprechen. Der lustige Hase mit den leuchtenden Augen saß unbeteiligt auf dem Stuhl. Ob Lilly ein wenig mit ihm spielen durfte? Darf ich dann mit dir spielen? Du sollst nicht lügen. Du sollst nicht mit Feuer spielen. Du sollst keine spitzen Gegenstände benutzen. Du sollst keinen Alkohol anrühren. Du sollst dich nicht an gefährlichen Orten herumtreiben. Du sollst nicht die Kontrolle verlieren. Und niemals sollst du tun und lassen, was du willst. Du sollst Erwachsenen nicht widersprechen. Nee, doch nicht. Ähm. Gut gemacht, Lilly. Ich habe alles gehört, was ich hören wollte. Die Oberin ist offenbar vollkommen gaga. Ich hatte schon so etwas vermutet. Jetzt schnell, komm zu mir in den Geheimraum. Es gibt eine geheime Tür in der dunklen Ecke vor dem Büro. Direkt neben dem Außenkamin. Ach, verdammt. Du kannst natürlich kein Licht machen, weil du nicht mit Feuer spielen darfst. Das hatte ich ganz vergessen. Einen Moment. Lass mich nachdenken. Ja, denk nach. Du hast noch keine Möglichkeit, eine durch Hypnose installierte Blockade zu durchbrechen. Es sei denn, du wirst erneut hypnotisiert. Es ist riskant. Aber du könntest dich selbst in Trance versetzen, um die Blockade direkt in deinem eigenen Unterbewusstsein zu bekämpfen. Aber sei gewarnt. Die Welt der Trance ist ein unheimlicher Ort. Wie ein paralleles Universum, das nur in deinem Kopf existiert. Sie ohne die Führung eines geschulten Hypnotiseurs zu durchwandeln, ist nicht ganz ungefährlich. Und die Blockaden, die der Doktor dir auferlegt hat, müssten dort mächtige Dämonen sein, die du nur im geistigen Zweikampf besiegen kannst. Hast du alles verstanden? Das musst du auch nicht. Noch nicht. Noch nicht, ja. Mach die Puppe, um dich selbst zu hypnotisieren. Und sobald du in Trance bist, suche den inneren Dämonen, der dich am Feuermachen hindert. Und vernichte ihn. Zerstörung. Ja, jetzt musst du mit Harvey interagieren. Tick, mach mal wieder alles zu früh. Du sollst nicht mit Feuer spielen, Wookiee. Aber Little Inferno. Wookiee. Little Inferno. Brennt alles so schön. Lilly hatte sich mithilfe des Hasen wieder in die Welt der Trance versetzt. Auf den ersten Blick wirkte hier alles fremd und seltsam. Vollkommen alleingelassen kauerte sie in einer kalten Höhle, die von dem riesigen Auge der Oberen argwöhnisch beleuchtet wurde. So groß war der Unterschied zur Realität also gar nicht. Ich werde beobachtet. Ich kann es spüren. Um es mal mit den Worten der NPCs aus Morrowind auszusprechen. Diesen Staring Contest würde Lilly verlieren. Definitiv. Eine Keule, ein Korden. Ist er da noch? Jetzt nur raus. Ach, das tut mir aber leid. Es war eine hölzerne Keule, wie Lilly sie nur aus Geschichten über Steinzeitmenschen, Trolle oder Baseballspieler kannte. Du verträgst keinen Staub? Hier hast du noch mehr Staub. Wie das brennt! Warte, wenn ich denjenigen erwische, der hier mit Dreck um sich wirft, der wird sein blaues Wunder erleben! Blaues Wunder, ja. Die Oberin kniff ihr tränendes Auge zusammen. Lilly war vorerst unbeobachtet. Na, davon abgesehen, dass die oberen selbst blau ist. Ja, tschüss, ne? Auf Wiedersehen. Schneemann! Mein Auge brennt! Diesen Auge, Grippen. Ha, weh Schneemann! Zylinder, Feuerholz. Das letzte und das erste wird ja gar keinen Sinn ergeben. Lilly hatte eigentlich genug Rippen. Man konnte sie gut zählen, aber die Oberin hatte es verboten, weil es ihr den Appetit verdarb. Ja, sieht auch widerlich aus. Aber mitnehmen will sie sie nicht, ne? Aber sie hat trotzdem hier so ein Interagierungssymbol mit Händchen. Ein echter Zylinder. Lilly war platt. Hey, Finger weg. Ich brauche den Zylinder. Wenn du ständig mit einer Glatze in der Kelte rumstehen müsstest, würdest du das verstehen. Lilly wollte ja nicht pingelig wirken, aber dies war wohl kaum der geeignete Platz für einen Schneemann. Auf Feuerholz, ja. Schneemann bauen. Das Beste, was man je tun kann. Lilly traute ihren Augen kaum. Ein echter Zylinder. Direkt auf dem Kopf des sprechenden Schneemanns. Ähm. Die Feuerstelle ist geschlossen. Artige Kinder spielen nicht mit Feuer. Du bist doch ein artiges Kind, oder? Nein. Aber siehst du, es gibt keinen Grund für brave Mädchen wie dich. brennenden Gegenständen zu hantieren. Buh-buh-buh-buh-buh. Keinen Einschicken. Buh-buh-buh-buh. Lilly war nicht überzeugt. Garrett hatte gesagt, sie solle das Feuer benutzen, um Licht zu machen. Das schien ihr schon ein triftiger Grund zu sein. Aber wie sollte sie den Dämonen nur davon überzeugen? Da fragst du mich was. Wo ist eigentlich meine Keule hin? Weg. Jetzt kann ich hier nicht weiter... Was hast du eigentlich nicht in deine Keule mitgenommen? Kontaktlinse? Nach der Aktion mit dem Vorhang hatte die Oberin offenbar ihre Kontaktlinse herausgenommen. Seltsam. In der realen Welt trug die Oberin eine Brille. Aber in der realen Welt war die Oberin auch keine 20 Meter groß. Also ging das wohl klar. Echt mal. Ich hätte jetzt eigentlich gesagt, zerschlagen wie mit der Keule den Schneemann. Aber hey, so können wir das auch tun. Jetzt kriegt das andere Auge halt eine Linse. Dann, was ist das? Was riecht denn hier so komisch? Es riecht nicht nach Karotte. So viel steht fest. Das ist... Das ist... Dein Hut! Feuer! Ah! Ich branne! Nimm mir den Hut ab! Nimm ihn ab! Aber ich darf doch nicht mit Feuer spielen! Das trug man jetzt so! Ja, das ist die neueste Mode. Lilly wusste nicht so recht. Eigentlich war es ihr verboten, mit Feuer zu spielen. Nun tu doch was, Lilly! Nimm mir den Hut ab! Nimm ihn ab! Danke, Lilly. Du hast mich berettet. Da siehst du mal, was Feuer alles anrichten kann. Am besten mal lässt die Finger davon. Lilly war ein wenig zerknirscht. Der Schneemann schien gar nichts gelernt zu haben. Echt mal! Ich hab dir grad das Leben gerettet, da ich dich vor dem Feuer geschützt habe. Brenne dafür auf dem Scheiterhaufen! Was soll ich denn jetzt werden? Hey, lass das! Soll ich nicht... Pfff! Nein! Schon brutal. Lilly hatte das Feuer entsorgt. Genau wie der Schneemann es ihr aufgetragen hatte. Hoffentlich hatte er jetzt eingesehen, dass es durchaus Situationen gab, in denen man mit Feuer spielen durfte. Damit hätten wir unsere erste Blockade aufgehoben. Brenner Harvey. Ja. 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 Gratulation! Lilly hat eine neue Fähigkeit erbauen. Sie ist nun in der Lage, das Verbot mit Feuerspielen zu umgehen. Dazu muss sie es einfach in ihrem neuen Verbote-Menü mit der linken Maustaste aufheben. Behaltet diese Option im Hinterkopf. Im Laufe des Spiels wird Lilly lernen, noch viele weitere Verbote auf diese Weise zu umgehen. Es kann aber immer nur ein Verbot zur selben Zeit aufgehoben werden. You don't say. You don't say. In diesem Spiel geht es darum, sich Verbote zu widersetzen. Wo waren wir vorher so lieb? Feuer machen. Hui! Wie sich das angehört hat. Hui! So, ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Mit Hilfe der Fackel konnte Lilly endlich die geheimnisvolle Halterung inspizieren. Was für eine Überraschung! Es war eine Fackelhalterung. Von dem versprochenen Geheimgang fehlte jedoch nach wie vor jede Spur. Natürlich! Ein Geheimgang ist ja auch geheim! Dunkle Ecke, die jetzt hell ist. Ja. Irgendwo hier musste diese Geheimtür sein. Einfach gegentreten. Wird schon irgendwie öffnen. Irgendwo hier musste diese Geheimtür sein. Oder auch nicht. Fehlte mir noch irgendwas? Oder... Irgendwo. Tatsächlich! Ein Geheimgang! Garret hatte also wieder einmal recht behalten. Ja, Geheimgänge werden normalerweise mit Fackelnhaltern geöffnet. Chicken! Hast du aus anderen Spielen überhaupt nichts gelernt? Zum Beispiel Skyrim, hä? Da gab's ja auch sowas. Ach, Checker, das sind doch die Klischees! Klischees, ja. Aber ich würde sagen, wir sind so in der nächsten Aufnahme es ist ja schon wieder mit ganz Freiennacht. Wenn wir durch die geheime Tür gehen und keine Ahnung, was Garret mit uns vorhat. Werden wir auch sehen. Was wir auf jeden Fall vorhaben, mit Edna's Karte zu Edna's Versteck gehen. Und mit Edna reden. Hoffentlich. Mal sehen. Mal sehen, mal sehen. Aber es ist in der nächsten Session. Also bis dahin, ciao.